hallo ich bin edgar schellewart wir sind bei city bei mir einer zwei rechts ist weg der andere ist glaube ich links unter dem boost fenster er müsste eigentlich feststecken ja er ist da links also nice ich wollte ich dachte gut ich hätte ihn getroffen ich habe einfach aus spaß nach vorne geschossen nice man so muss hallo firma lausen bei mir glaube ich eine hatte ich habe eine decoy raus ok nein 84 jahre ist auch so dumm prächtiger beide ich bin unter den fach ich bin aus vorsehen runtergefallen ich komme dann jetzt von hinten ich komme von hinten vielleicht kann es noch ganz kurz ja genau die titel sind jetzt hinter den natürlich spielt es ist bei mir ich gehe jetzt zu dir wo ist er ist er schon bei city er plantet hatten hat hat nicht so low sein ich droppe dich dann kannst du verkaufen bin ich ihn oh mein gott die sind ich habe die waren sogar beide bei mir warum ist auf jeden fall bei mir 84 es ist jetzt aus die mauste ohne durch was machst du jetzt ich habe gehofft dass es geht ich started belief in mich sprung das ich noch scheiße da unten ist eine absperrung jetzt bin ich tot Oh, schade, willst du trotzdem auf deinem Platz, trotz AWP? Ja, ja, okay, läuft. Bei mir ist einer. Down, Bombe down. Ist bei dir der andere? Ich habe hier den Smog von mir. Ich bin übrigens slow auf 19 AP. Mollit hier bei mir hin. Nice. Am besten noch direkt die nächsten 2 holen, dann hauen wir sie. Ach, scheiße, er hat 28 in 2 gefressen, da kommt die Treppe hoch. Nice. Geil, Mann, richtig stabil. Mana minus 40 kommt Richtung Winnow gelaufen. Nice. Drauf. Knipsen. So, mal gucken, wie das jetzt hier wird. Mal gucken, ob die Nades runterschmeißen. Ich habe eine Flash. Flash zeigt noch jetzt. Ja. Oh, oh, oh. Und einer weg. Oh mein Gott, zum Glück bitte. Ich konnte kurz nicht schießen, wenn du genau vor mir warst. Ja, scheiße, Mann. Ich bin direkt zwischen euch reingelaufen. Das ist gut. Hauptsache, wir haben die Runde gegangen. Ja, ich wollte, also zum Glück, wollte ich gerade sagen, war ich da noch auf Kopfhöhe und der ging dann rein. Das wäre bitter, wenn er mich jetzt auch direkt geholt hätte. Was? Alter, nice. Perfekt, das hat perfekt gereicht ja mit dem minus 80, optimal. Ich glaube dir, das war genau der letzte Schuss. ich vielleicht uns raus der war unterm fenster im eck gesessen soll ich wieder ausflugeln lang gehen die flash kommt in 321 let's go dann mache ich gerade modern da und ganz hinten über den langen weg ja erst anspott ich glaube du kannst legen wenn er unbedingt wegreden muss er kommt hoch was 75 in fünf bei der treppe links und die die stimme eben im game let's go scheiße what the fuck for everyone supremes vielen vielen dank an meine patreons haut ordentlich rein und bis gleich zum live stream